Wie würden Sie denn so den technischen Zustand des Fahrzeugs beschreiben? Einzigartig. Wir gehen jetzt in diese Halle da rein und machen. One-Tech-Tour. 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 Tja, One-Tech ist jetzt fertig. Wir gehen jetzt wieder raus zum Trabi. Machen nochmal einen ganz, 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 ganz kurzen 10 Sekunden Trabi-Punkt. Und dann gucken wir uns mal die Pfeiflis an. Ja, super. Wir essen erstmal, bevor wir Pause machen. Mein Gesicht ist so nah, ist echt hässlich nah. Ja. Ich glaube, wir sehen uns mal ein paar Minuten. Ich glaube, wir sehen uns mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020